So, the show must go on. Englisch ist scheiße. Hm? Englisch ist scheiße! Warum? Die show muss weitergehen, heißt das. Ja, stimmt. Wir haben wieder ein Selbstnet geladen, weil beim letzten Mal ja der Emulator gebrochen ist. Also nicht gebrochen, sondern gebrochen. Also der Emulator hat gebrochen. Und dem ging es dann gar nicht gut, deswegen musste Anna ihren neuen installieren. Ja. Ich muss ihn neu installieren. Ich muss ihn wirklich neu installieren. Ja, deswegen sage ich das. Ja, ist echt so. Schon cool, wa? Ach ja, übrigens, das ist der Dungeon des Todes. So nenne ich ihn gerne. Wir sind aber schon recht weit gekommen. Das heißt, das sagt gar nichts aus. Das will ihn nur verniedlichen. Eigentlich ist er der Dungeon des Todes. Ja, aber wir sind schon recht weit gekommen beim letzten Mal. Wenn ich mich gestorben habe. Ja, aber jetzt sind wir wieder am Anfang und ich werde sterben. Ja, du sowieso. Sage ich doch nicht. Ja, die Sägen, die sind ziemlich unschön. Da solltest du echt dich auf dem Drehsprung mehr... Ich war doch da drauf, verflogen! Ja, du warst und dann bist du runtergerutscht. Ich war drauf und dann bin ich runtergesprungen. Nein, gerutscht. Ich war drauf! Aber dann bin ich runtergerutscht. Da ist ein Bolzen. Was für ein Bolzen? Ja, das ist der zweite dicke Bolzen... Der stachelige, zweite dicke Bolzen des Todes. Der hat ein stacheliges... Ah, ich sag... Huch, ich war knapp. Bei einem selben Fehler, wie du. Oh, hier kommt ja die Todesfalle des Todes. Der rutscht immer so blöd, das ist schrecklich. Ich bin total raus aus Mario. Ich kann das gar nicht mehr. Also Mario ist schon ziemlich ungewohnt geworden. Huh, einfach durch. Regen einfach durch. Ja, ja. Da oben war was. Oh. Ich bin total raus aus dem Spiel. Du solltest dich nicht zersägen lassen. Ja, wir sind irgendwie noch schlechter als normal. Ja, wir sind voll schlechter als gestern. Wir sind schlechter als vor morgen. Nein, das ist schon ein paar Wochen her jetzt. Monate oder sogar. Ja, sag ich ja. Ich sag ja Drehsprung. Oh nein, da kommt eine Säge. Ich muss mich ducken. Ja, wir sind nicht so wirklich... Ähm... Da ist eine Säge. ...drin bisher. Vielleicht tun wir das einfach als Testaufnahmen nehmen und dann einfach neu anfangen. Nein, wieso? Das ist doch cool. Das ist doch lustig. Ja, aber... Was soll die Leute von uns denken? Wenn wir nicht mal... Was soll denn eine Mutter von dir denken, wenn da so ein Knochen durch die Luft fliegt? Du musst ihn fangen, du musst den Knochen fangen. Nein, du hast den Knochen verletzt. Jetzt ist er nicht mehr da. Jetzt ist er einsam. So, jetzt aber komm. Das ist alles nur deine Schuld. Wem auch sonst? Achtung. Ich bleib immer hier so gerne stehen, weil es so sicher erscheint und jetzt renne ich durch. Ja, das klappt, aber das klappt. Ich muss nur richtig springen. Du solltest auch nicht mehr. Beim nächsten Mal. Ja, beim nächsten Mal klappt das. Ja, wir brauchen Leben. Beim nächsten Mal. So, jetzt muss ich mich konzentrieren. Lalalala. Duptidu. Links, rechts. Schneller. Springt. Achtung. Ja, genau. Das wird gefährlich. Oh, Feuer, Feuer. Ah, ich hab's doch gesagt. Ich hab dich doch noch gewarnt. Du hast gewünscht von Feuer gewarnt, aber in einer rutschigen Plattform. Ja, das Feuer war aber die resultierende Absicht dahinter. Was? Ich bin... Die resultierende Absicht? Ja, die Absicht des Bodens. Ich resultierende... Ich glaub, du kannst da überleben, wenn man da steht. Ja, das ist... Ja, er ist weg. Lol. Lol. Ich würde fast sagen, Roffel. Roffelkopf. Den hab ich gerade gestern bei Wikipedia gesehen zum ersten Mal. Ich hab mich echt geroffelt. Ja, also ich find den Roffelkopf auch cool. Ich mag den. Ich hatte nur erst gehofft, der wär irgendwie aus Zeichen bestehend, aber es war dann doch letztendlich ein Bild. Aber so Zeichen wär geil. Könnt man bei YouTube-Videos runter... Schreiben. Ein Roffelkopf aus Zeichen gibt es. Den kenn ich gar nicht. Ähm, ich weiß zwar nicht wo, aber ich muss mal gucken. Ich mach das. Du musst übrigens auf die Säge springen. Ja, das mach ich doch. Braves Kind. Ja, ja. Übrigens, das sind die Säulen des Todes, falls du sie noch nicht kennst. Ja, die waren aber jetzt so schlimm, weil... Wie hab ich das denn gemacht? Äh, du wirst sterben. Nein, werde ich nicht. Siehste? Und ich bin sogar groß. Ach, du wirst bald wieder irgendwann sterben. Aber wir haben Mittelpunkt, das ist schon mal gut. Hier ran erinnern ich mich wieder. Angst, ganz gut. Noch ein Pils. Ja, hilf. Boah, das ist so rutschig. Das ist so rutschig hier. Spring in den Tod. Spring in den Tod. Ohohohoi, oioi. Was denn das für... Du musst laufen, du musst laufen, du musst... Ja, ja, ja. Du musst springen. Alles in der Kontrolle, alles in der Kontrolle. Sicher? Nein. Do you know? Ganz viel Licht. Jetzt spring! das wundert mich gerade selber dass das geklappt hat ich habe zeit ich habe noch über 100 sekunden du hast kurz umziehen ja es macht noch besser du kannst ja von mittelpunkt jetzt starten und wir brauchen immer noch leben gell du weißt du hast noch zwei also zeit oder wir gucken mal was passiert wenn man fällt dem ober geht also beide vielleicht sind von der anfang kommen wir ja machen ich habe dann kommen wir zum nächsten zum letzten speicherpunkt die ganze decke an ist die decke so interessant ich mag mein kind so gern dass du das kind ist so schön verstehe ich so langsam komme ich wieder rein so weiter ist immer dasselbe weil ich übrigens da ist ein riesiges teil da solltest du nicht drauf springen riesiges teil ja so ein riesiges feuerling das klingt feuerleuchtigen das klingt sehr heiß ach mensch hast du daran ich verstehe das nicht verstehe den witz nicht ich bin floppy ich verstehe den bild ist sehr flach was ich dachte es klappt ja nicht reingehen du bist ja jetzt hast du ein kleines problem schon wieso weil du nicht rauskommt es geht auch erst wenn du das level fertig hast glaube ich deswegen ist es jetzt an dir das level zu schaffen ok leute wünscht mir glück mal gucken ob du weiter ist ja dachte ich mir doch und das war vielleicht ein fehler aber nein das mache ich dann auch so im nächsten mal abba jetzt würde ich mich einfach durchmogeln oder warten oder sterben gut game over game over ohne hose kriegst nichts bitte gib mir geld gib mir geld vergiss es nicht beim nächsten mal dann sonst haben wir richtige probleme geben wir geld ich habe kein geld ich habe nur andere dinge für dich ich dachte du bist ein geldgeiler youtuber nein sonst wäre ich schon längst partner ach so ich dachte du bist schon ein partner nein das will ich mir noch aufheben das habe ich ja keine möglichkeit ach so das geld willst du noch aufheben für ein ultra bug ähm das hat mich ja zu sehr verwirrt nein eigentlich nicht jetzt nicht reingehen ne ok ich geh rein ok wo ist dein schnellster weg zurück ich lass es wieder mal drin auch wenn es keinen interessiert und wir es schon tausendmal gesehen haben was soll es vielleicht macht fluffy ja wieder irgendwelche lustigen sachen zum beispiel sterben in der secret area genau sterben in der secret area klingt auch irgendwie versaut ich singe dieses lied weil ich geh grad durch die höhle durch lalalalalalalala dieser beat ist echt total dings da hallo leute ich geh mir ein leben holen weil ich scheiter denn ich bin doof ich geh rein und tu mir leben viel Spaß Emma ja ich bin noch ein fan von dieser stern weil die Da gab's schneller mehr Leben. Echt? Ja, ich hab's ja mal zeigen wollen, aber es hat ja nicht ganz funktioniert so. Schaade. Beim ersten Versuch zumindest, aber ich weiß, dass es klappen kann. Wo man den Stern halt unter Wasser die ganzen Pinguine zerstört und dadurch Leben erhält. Das ist aber auch nicht immer der Fall, deswegen... Lieber die langweilige Variante. Wie schaade. Ja! Das ist halt auch so. Das weiß man ja. Oh Gott, mein Hals tut weh. Dann massier ihn. No. Du hast doch noch zwei Hände frei, oder? Was? Nix. 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 das meinte ich. Ja, das war toll. Was soll ich machen? Rausgehen. Ich glaube, du brauchst einen neuen Controller. Ich mag die Feder.